10. Gästjäger fangen den Beschuss ab. Schaden vernachlässigbar. Endlich, etiketische Saluten. Er bitte freigebe Verrückzung. Verweigert an alle Schiffe. Feuer aus allen Ohren. Feuer aus allen Ohren. Feuer aus allen Ohren. Geht's nicht Captain Cardano was Feuer. Hülle mehrfach beschädigt. Reyes Artikel ist offline. Alle Schiffe in Reichweite. Bitte helfen Sie uns. Rettungskapseln reagieren nicht. Alle Mann bereit machen für Aufschlag. Geht's nicht. Geht's nicht. Geht's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Geht's nicht. Ich hab's nicht. Volk und wir sind frei. Und der Gath, mit dem ich arbeitete? Dieses Persönlichkeitskonstrukt ist tot. Er hat sich geopfert, um das Code Upgrade zu allen Gaths zu bringen. Und wir werden sein Versprechen halten. Wir reparieren bereits Schiffe und unsere Technologie kann beim Bau des Tiegels behilflich sein. Danke. Wir bedauern den Tod der Schöpfer. Sie haben Ihre Wahl getroffen. Kommander Shepard, wie ich höre, bringen Sie eine neue Flotte in diesen Krieg. Ja, Ratsherin. Die Gaths helfen bereits beim Bau des Tiegels und ihre Flotte wird in Kürze für den Kampfeinsatz bereit sein. Kann man den Gath wirklich trauen? Sie wurden von den Reapern versklavt. Sie werden ebenso hart kämpfen wie wir. Verstanden, Commander. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Darum habe ich sie aber nicht kontaktiert. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die ich Ihnen lieber persönlich mitteilen möchte. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Das wäre optimal, Commander. Wir treffen uns in Ratsherr Udinas Büro. Kommander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar.